Was ist das Besondere am Alpgeuer? Darauf gibt es keine einfache Antwort, sondern eine fünffache. Kommen Sie einfach mit auf eine Wanderung. Das Besondere am Alpgeuer ist zuallererst, er kommt aus einer ganz besonderen Region, dem Allgäu. Hier ist die Natur noch ganz Natur. Safte grüne Wiesen, reine Bergluft, kristallklare Bäche, unberührte Gipfel und vor allem viel Ruhe. Hier ist der Mensch noch im Einklang mit der Natur. Und noch etwas macht den Alpgeuer so besonders. Die einzigartige Kultur der Allgäuer Bergbau. Grüß Gott, wir sind die Familie Vogler, bewirtschaftet einen Bergbauernbetrieb im südlichen Oberallgäu auf 850 Meter Seehöhe. Wir haben 36 Milchkühe, kennen alle persönlich beim Namen und das ist für uns ein Anliegen. Und damit sind wir bei der dritten Besonderheit des Alpgeuer, die Allgäuer Bergbauernmilch. Die besonders gute Milch, die unsere Kühe geerbt, ist ausschlaggebend von dem guten Gras, das sie bekommen, wo über 300 Kräuter, Gräfer und Blumen drin sind. Durch den Reager- und Sonnenmix und dem rauhen Klima ist das eine super Grasqualität und das macht unsere gute Milch aus. Doch die Milch alleine macht noch keinen besonderen Käse. Dazu braucht es noch etwas Viertes Besonderes. Nämlich uns die Traditionskäserei Stegmann in Althusried, mitten im wunderschönen Allgäu. Seit über 100 Jahren machen wir das Beste aus der Allgäuer Bergbauernmilch. Einen einzigartigen Käse. Unsere Milch bekommen wir von nahegelegenen, familiengeführten Bergbauernhöfen. Produziert wird sie dort seit Generationen mit viel Enthusiasmus und Liebe zu Land und Vieh. Und das schmeckt man. Denn je aromatischer die Milch, desto besser der Käse. So möchten wir mit dem Alpgeuer einfach ein Stück ursprüngliches Allgäu an Sie weitergeben. Es ist vor allem eine letzte Besonderheit, die den Alpgeuer so einzigartig macht. Sein unvergleichlicher Geschmack. Und den kann man nicht beschreiben. Den muss man probieren. Hier, probieren Sie doch mal. Es ist Zeit für einen besonderen Käse. Alpgeuer. Mehr Allgäu passt in keinen Käse. 2 1 1 2 2 3 2 2 4 3 3 4